Hallo und herzlich willkommen zu einem muttervollen neuen Part von Let's Play Rogue Company. Ja, heute schaffen wir hoffentlich die letzte, also die Challenge von letzter Woche noch eigentlich, ja. Äh, Sniperabschüsse in Zerstörung. So, dann nehm ich mal Phantom, oh hier, volles Switchblit, ja gut, okay. Äh, Phantom, so, folgendes, Sniper, ähm, ich brauche nur mal einen Kill, einen einzigen mit der Sniper. Und dann, oh nein, gegen den Fixer. Ähm, warte, verteidige ich zuerst oder, oh nein, verteidige ich zuerst oder greife ich zuerst an? Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Äh, ja gut, also ich, ich würde dann dementsprechend Folgendes sagen. Ich hole mir die, das war gerade wieder so pixelig, äh, äh, ich hole mir die Full Body, hab nicht die Bombe, das ist gut. Ich hole mir die Full Body, ich hole mir meine Nade. Und dann versuche ich so, ein, zwei Kills zu machen, weil, äh, 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 äh. Ah, genau, geht genau dahin, wo ich nicht snipen kann. Warum auch nicht? Außer, 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 nee, sehe ich nicht. Obwohl. Nicht gut. Steh einmal auf. Yes! Uh! Und die Runde haben wir mitgeholt. So. Okay. Wisst ihr was? Ich hab's mir überlegt. Das war der Kill. Das war ein richtig nicer Kill. Und jetzt wechsle ich zur Nightshade. Weil das kann ich nicht. Ich kann nicht. Was soll ich? Noch eine Runde. Ach, ich kann nicht. Aber die Nightshade ist auch... Vor allem auch am Anfang absolut nicht... Ach. Und ich hab die... Verflucht. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann gehen wir hier. Aber ich hab jetzt keine Sniper mehr. Ich weiß nicht, ob die gesehen haben, dass ich keine Sniper mehr hab. Was auf jeden Fall sehr ungut ist. Ist da Fakt? Shit. Die ist hinten rum. Verdammt. Lancer. Ich hasse Lancer. Die ist gerade hinten rum gegangen. Und hat unsere Switchblade hier von hinten weg gemacht. Scorch war am Boden. Ich wollte sie heilen. Feuer rein, dass ich nicht heilen kann. Oh, das haben sie leider verdammt gut gemacht. Das haben sie leider verdammt gut gemacht. Und jetzt hab ich wenigstens nicht die Bombe. Okay. Versuchen wir es so. Ah, hier hätte ich jetzt... Mh... Oh, aber die kommen genau da runter. Die kommen genau da runter. So, die Nightshade. Braucht verdammt lang, um nachzuladen. Deswegen immer schön in Deckung nachladen. Aber gut. Hat funktioniert. Der hat wirklich die Sniper. Ah, mit diesem... animierten... mehr oder weniger animierten... Space... Äh, ja, Weltraum-Skin. Mir ist gerade das deutsche Wort entfallen. Das ist... Das ist was, was mir in letzter Zeit tatsächlich oft passiert. Ich... Mir fällt ein englisches Wort ein, aber nicht das deutsche, das dazugehört. Also die deutsche Übersetzung. Das ist... Es ist irgendwie seltsam. Und ich hab nicht die Bombe. Nein, okay. Huuh... Ha... Gut, ähm... Ja, wohin? Wohin? Also, ich weiß ja nicht, ob das so... Hiiii. Ooh, sweet. Oh, hiiii. Wo ist er? Wo ist er? Hiiii. Ja. Da... Da rennt er einfach... Ah, jetzt hab ich den nicht verwendet. Schade. Naja. Egal. Egal, 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 egal. So. Ha. Ehh, da kommt er einfach mal um die Ecke geschossen. Ohne Vorwarnung. So. Lebensablass. In dem Modus hier nicht so... Nützlich. Da sind Tracker-Patronen nützlicher. Und dann gehen wir noch die zum... Äußersten Notfall. So, und ich hab nicht die Bombe. Nein, okay. Solange ich nicht die Bombe hab, ist alles gut. Ja, und das... Für eine gewisse Zeit lang immer zu selben... ...zum selben Punkt zu gehen, dass das ist, das kann. Die kommt. Oder auch nicht. Dann gehen wir die Semtex. Uh, und gehen wir die LMPX. Die will ich. Die will ich unbedingt. Ist die voll? Ja, okay. So. Hier. Irgendwo da. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Ach, verflucht. Oh, hi. Ach, verflucht. Ah, zu lang gewartet. Aber mein Kollege ist auch nicht reingerannt. Shit. Dann wäre gut, ich würde nochmal mit Phantom gehen. Sonst, damit ich die... ...Erfahrung krieg. Ja, okay. Ah. Ich hätte... Ich hätte... Entweder habe ich zu lang gewartet oder nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich hätte die Semtex nicht verwerfen sollen. Das war... Das war... ...der große Fehler eigentlich. Die hätte ich mir aufsparen sollen, weil Lanza war ja eigentlich am Boden. Die konnte nichts mehr machen. Die hatten keinen Heiler, nichts. Ach. Hm. Okay, dann gib mir... Gib mir die... ...Nightshade. Die brauche ich hier wirklich dringend. Und den Haftsensor. Äh... Äh... Nee, ich... Ich... Ich rock nicht. Ganz ehrlich, das ist das... Nee. Äh... Ich hätte vieles viel besser machen können. So. Die haben keinen, der... Ähm... Den Haftsensor irgendwie abwehren kann mit einer passiven Fähigkeit oder so. Oder mit einer aktiven. Lanza ist ja... Durch ihre aktive auch... ...nicht unbedingt immer... ...sichtbar. Oh. Okay. Ja, I see. Hiya. Hi there. Oh nee, der hat die bessere. Ich brauche Leben. Das ist... Shit. Nein, ich muss nachladen. Okay, die ohne war jetzt auch denkbar ungünstig. Mh. Ja, 25 Schuss ist halt auch nichts. Erhöhtes Magazin... Ey, warte. Hatte die nicht mal 40 Schuss? Wurde das geändert? Äh... Es ist... Hm... Ich muss mal anfangen, mir die Update-Notes durchzulesen. Naja. Hm... Ja... 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 Alle da hinten. Alle da hinten. Oh, das ist nicht gut. Gut. Okay, hinter. Okay. Okay. Nein, 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 ich weiß, 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 Shit. Ach, verschmissen. Ach, Gott. Ey, wie ich das hasse. Wie ich das hasse, Letzter zu sein. Ach. Lebens, ja gut, da wäre jetzt Lebensablass. Ach. Gott. Hm. Ich verplemper hier auch wirklich viel zu viel Zeit. Eigentlich müsste ich instant hier rum. I see. Und die gehen auf den Mega-Angriff. Das ist jetzt natürlich... Hoi! Ja, dich habe ich gesehen. So, einer noch, ein letzter, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Okay. Sehr schön. Ah, gut gemacht. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Ah, okay, okay, okay. Wir könnten es noch machen. Wir könnten es theoretisch noch machen. Gib mir was... Was will ich? Perch-Jäger wäre schon nicht schlecht, aber eine Nate. Eine Nate. Eine schicke Nate. Bisschen köcheln lassen. Dann schön rauswerfen. So, dass sie in ihrem Gesicht explodiert. Eine schicke Nate wäre schon was. Okay, die geht da hin. Dann gehe ich nach 2A. Was habe ich hier? Okay, gut. Gut. Ja, nur so, dass hier keiner von hinten kommt. Ich kriege ich nicht mehr. Schade eigentlich. So, du bist weg. Und dann geht's weiter. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da! Ey. Mittendrin. Nice. Ha. Schön. Okay. Kann man das... Kann man die eigentlich... Jo, die fliegt raus. Kann man hier auch raus? Nein. Zumindest da nicht. Man kann oben rüber. Oh, das ist interessant. Ja, klar kann man oben rüber. Wie soll man sonst reinfliegen? Oh. Oh, das ist interessant. Das ist sehr interessant. So, jetzt habe ich meinen Perch-Jäger und... Und ich nehme Ausweichmanöver. Ich nehme Ausweichmanöver. Ich nehme nicht die volle Nate. Ich meine, die volle Nate wäre zwar nützlich für... Zum Beispiel Mech mit der Rüstung. Oder auch Sigrid. Aber... Ganz ehrlich. Eine volle Rüstung. Oder schneller... Äh... Auf die Seite rennen können. Wenn Kugeln... Um mich rumfliegen. Dann nehme ich eher das Zweite. Okay. Hier. Okay. Ah. Leider nur ein kleiner... Ein kleines Bützchen. Ah, shit. Ah, shit. Ah, nee. Ah, nee. Nee, nee. Ich muss nachhören. Ich muss nachhören. Hi there. Uh, unterliegt die Bombe. Nice. Nimm das Schwert. Ah, ich bin so ein Sack. Ich bin so ein elender Sack. Nein. Nee. Nein. Oh Gott. Oh Jesus Christ. Oh Gott. Ich dachte, der wäre weg. Nein. 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 Oh Gott. Was? Oh nein. Nein. Oh nein. Oh, das tut mir so leid. Nein. Ich dachte, der wäre weg. Oh Gott. Nein. 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 Ich dachte, der wäre weg. Nein. 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 Ah ja. Oh. Oh. Ey. Bingo. Lass ihn kommen. Lass diesen Sack kommen. Ah. Ah. Verschmissen. Nein. 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 Oh. Fantastisch. Oh mein Gott. Oh ho. Oh. So. Und jetzt habe ich. Ja. Das sind die 2000 Erfahrungen von der Sniper Challenge. Mensch, oh mein Gott, 21 Eliminierungen, 5 Tode, gut, aber 21 Eliminierungen, Ranglisten Erster, 100.000, also 104.500 Punkte, uff, ey, mein Gott, ey, das ist, ich zitter gerade so, ich schwitze, äh, ich gehe mich jetzt entspannen, wenn es euch gefallen hat, äh, zeigt es mir, liked den Part, teilt das Video, äh, abonniert meinen Kanal, kommentiert, natürlich kommentiert, und, 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 äh, ja, seid gespannt, äh, demnächst kündige ich auch meinen nächsten Stream an, äh, nur so, der wird, kann ich schon sagen, am 6. September stattfinden, also am 6. ist Montag, ähm, kann ich jetzt schon sagen, aber, oh Gott, bis zum nächsten Mal, ciao.